oh mein gott leute ich glaube es einfach nicht was fortnite hier tut fortnite weiß ganz genau was angesagt ist und was nicht ihr fragt euch was ist jetzt los ganz einfach gestern neue folge von moonlight erschienen und heute ist moonlight im shop fort was tut ihr mir ich brauch vivax moonlight und zwar wie ihr seht mark richtig geil umgesetzt oh mein gott und das ist steven also ein bisschen anlehnung an deadpool sieht voll krass aus 1500 vivax mit seinem umhang schade finde ich das natürlich dass jetzt nicht irgendwie ein emote dabei ist hier sind seine halbmond sichern die er benutzt als waffe die kann ich mir sogar echt leisten die nehme ich direkt so und sonst fliegende korallen sind wieder da so fischstäbchen verschiedene varianten wieder da ich glaube leute das war es in diesem sinne viel spaß